Am kommenden Freitag fällt der Vorhang. Dann übernimmt nicht nur Donald Trump als neuer US-Präsident das Weiße Haus. Auch alle US-Botschafter müssen an diesem Tag den Griffel fallen lassen und zurück in die Heimat. So hart wie jetzt von der neuen Trump-Administration angeordnet, ist noch nie ein Übergang gestaltet worden. Wichtige Botschaften, auch die in Deutschland, sind dann vielleicht auf lange Zeit nur noch in Rumpfbesetzung vertreten. John B. Emerson, der langjährige Botschafter in Berlin, sitzt dann ebenfalls im Flugzeug. Am Sonntag ist er noch einmal bei uns und spricht über das, was uns und die Welt unter Trump erwartet. Welche Risiken, aber vielleicht auch Chancen. Und was bleibt von der Ära Obama? Unser zweiter Gast, SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, warnt eindringlich davor, dass russische Hacker auch die Wahlen in Deutschland beeinflussen könnten. Gezielte Propaganda und Hackerangriffe aus dem Ausland seien die große Herausforderung in diesem Superwahljahr. Nur, wie kann man sich dagegen wappnen? Und was meint die SPD eigentlich, wenn sie einen Inhaltswahlkampf führen will, um den Abwärtstrend wieder zu drehen? Auch darüber sprechen wir mit Thomas Oppermann. All das im Bericht aus Berlin, Sonntag, 18.30 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017